den CO2-Ausstoß senken, umweltverträglichen Strom und Wärme produzieren und den Energieverbrauch der IWB-Kunden weiter reduzieren. Das sind die Vorhaben von IWB und WWF. Seit 2016 sind sie Partner und arbeiten gemeinsam an diesen Zielen. Und einige dieser Ziele sind bereits erreicht. Der CO2-Ausstoß von IWB war 2018 42% geringer als 1990. Das Wasserkraftwerk Neue Welt in Münchenstein wird saniert, damit Fische im Fluss Bärs besser am Kraftwerk vorbeischwimmen können. Im Tierpark Lange Erlen in Basel steht eine neue Wildbienenwand. Neue Heizsysteme, die IWB nach dem Contracting-Prinzip verkauft, produzieren nur noch mit erneuerbarer Energie. Der Anteil des Biogases ist im Standardprodukt auf 5% gestiegen und IWB investiert in zusätzliche Biogasanlagen, um den Anteil weiter zu steigern. Damit und mit weiteren Massnahmen wollen IWB und WWF erreichen, dass die Energieproduktion und die Nutzung von Energie umweltfreundlicher wird und das Klima weniger belastet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017